zu dich so alles klar ich drück noch mal drauf aus nein der zieht mir den immer weg obwohl ich jetzt bin ich dahin geblieben oh gott ein großes leim ein großes leim nein ja sicher genau da ja sicher wieder geht es weiter ja du musst du weiter springen warte warte ich drücke ich drücke ich drücke ich drücke nein müssen von anfang machen ja was ist das für eine mega verarsche problem ja ich habe ein problem wie schnell geht das bitte alter wie soll ich das schaffen das schaffe ich nie im leben oh alter wieso scheiß slimes dazu auch noch dazu alter mhm war zu langsam oh nein ist mir auch noch hängen geblieben alle scheißblock alter so 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 nein und jawohl jawohl so 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 da kommst du gar nicht hin wegen den scheiß Slimes doch du musst du rein springen und dann die große Töten weil die mit weil die danach die machen wir schon gar nichts mehr die Mitglieder auch noch nein 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 echt ist es nicht so schön so 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 sie vermitteln so langsam bitte es gibt es ja gar nicht weiter 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 von jedem wieder drauf dringt das von mir immer neue was ist das wir schon schaffen das ist ein f1 p guck mal zelt was zum teufel ist das wie da ist der block nicht raus gekommen was ist das jetzt ich bin ich da extra beeilt dass ich den block da krieg jetzt kommt er nicht raus mhm ja ähm Okay, müsste ich nochmal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ja, ein weiterer Cut. Dieses Mal ist unser CS abgeschmiert. Warum auch immer. Auf jeden Fall, Patti ist wieder da. Ich auch, wenn Patti mal was sagen würde. Patti, ich höre nichts. Anscheinend ist bei ihm irgendwie so ein Fehler, dass ich ihn manchmal überhaupt nicht höre. Ich weiß nicht warum. Er sagt, dass er da immer ins Mikro prüft. So wie jetzt in... Oh, scheiße, Alter. Oh, ich bin einfach nur zu Hause eingestellt. Keine Ahnung, kann auch sein. Du bist drauf, oder? Ja. Ja, ich weiß, das gilt nicht, nein. Ich würde ja gerne mal... Was? Ne, 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 ne. Zurückkomme. Lass doch die Slimes da zurückkommen. Hm. Oh. Nein. Ich weiß nicht. Nein. Das war uncool. Warum hast du die Slimes getötet? Oh, voll. Ich muss voll lahm jetzt. Also, schreibt in den Kommentaren, dass Patti einfach scheiße ist. Nein! Alter! Halt mal, ich hab fast keine Rüstung mehr. Ich hab keine Rüstung mehr. Patti. Darf ich den ganzen Scheiß hier noch mehr machen? Den ganzen Scheiß noch mal. Darf ich auch wieder machen. Scheiß! Ich bin vorbeigesprungen. Ah. Das gibt es nicht immer, wenn ich losziehen will, dann geht der Block weg. es ist schon wieder Aua, Alter, nicht anfackeln Doch Das gibt es nie, warum kann ich da nicht, warum springe ich da nicht So ein Bullshit aber auch Jetzt Ja Nein Ah Scheiße Nein, nein, nein Achso, ich muss ja da drücken Äh, so Ah, bist du? Hm? Was ist das? Oh Gott, nicht schon wieder Jump Boost. What the... Das war zu kurz. Da steht immer 40 Sekunden, obwohl das wahrscheinlich bloß 2 Sekunden ist oder so. Was ist das für ein Kack? Jetzt soll ich den ganzen Scheiß hier nochmal machen. So ein Scheiß. Ach, komm. Alter. Wir können so ein Battle ruhig nochmal machen, gell? Ja, komm her. Ja, komm her. Komm her. Komm, stößt mal auf die Röcke rein, leck? Komm her, auf geht's. Lol, ich hab dich schon getötet. So, ja, ja. Wolltest du mir hinterher springen? Du wolltest mich runterschlagen. Nein, kommst du noch da drüber? Ich hab keine Ahnung. Mal 8. Wo muss ich denn jetzt hinspringen? Da hoch, oder was? Oh, ja, ich muss da hoch. Alter. Wie krass. Mal gucken, ob du blickst, wo man da hinmüsst. Wo man da hinmüsst. Ah. Leute, hab ich schon wieder Jump gekriegt. Paddy, das schaffen wir heute noch. Lol, jetzt ist da ne Fliege. Wie lustig. Wie lustig. Lol, du, du. Der Block war da eigentlich schon weg und du bist da noch gesprungen drauf. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, jawohl. Jetzt, und da musst du durchspringen. Von der Druckplatte direkt durchspringen. Ich hab gesagt, durchspringen. Du kannst nicht rennen. Lol. Ja, dann mach du das auf. Okay, du hast ja gleich geblickt, wo's hingeht. Oh, 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 oh nein, bitte kein Eis. Oh, Gott, ich hasse Eis. Scheiße. Jetzt dauert das immer so lang. Wegen dem Scheiß Wasser. Hast du es geschafft? Okay, du hast nicht geschafft, oder? Ich hab's geschafft. Nein. Ich bin gerade eben aus Jux an der Freund wieder runtergesprungen. Ja, sicher. Ja.